Oh Gott. Hä? Schon wieder hier? Was zur Hölle ist das hier? Oh! Alter! Was ist das? Hab ich... Was ist denn das jetzt? Wir sind auf jeden Fall wieder hier in der Dunkelheit. Wie zuvor auch, wo wir in das... Zum Haus von Ibiko geschritten sind. Und hier sind komische... Quadrate. Die hier aufblitzen. Ich geh jetzt einfach mal wieder ganz schnurgerade aus. Lotrecht. Nach oben. Obwohl hier irgendwie... Was ist denn? Bin ich jetzt in einem Paralleluniversum? Das kann ich jetzt nicht deuten. Ich glaub ich bin geisteskrank geworden. Oder seh nur ich das jetzt? Krieg ich Hallos? Ach hier. Ne Tür. Na super. Ach komm. Gehen wir da jetzt einfach mal rauf auf die Tür. Wir steigen nicht... Gehen nicht durch die Tür, sondern auf die Tür rauf. Oh Gott. Und wo sind wir jetzt? Oh. Jetzt sind wir schon wieder irgendwo. Wo bin ich schon wieder hier? Oh Gott. Ich verlieren. Okay. Hier ist eine kleine Feuerstelle. Sitzkissen. Irgendwelche Krüge. Miso ist da drin. Na super. Miso. Miso-Paste. Kennt ihr ja bestimmt diese schöne Miso-Suppe in Japan. Und das haben wir hier drin. So. Gehen wir hier. What the fuck has happened to you? Was ist hier los? Ah. Ah. Was zur Hölle? Was ist das? Hier. Was ist hier passiert? Oh Gott. Die wurden ja direkt hier einmal den Torso durchgeschlitzt. Und dem wurde alles hier entnommen. Das ist ja schrecklich. 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 Es sieht... Die sind also Leichen, die aussehen, als würden sie mit einem japanischen Schwert zerschnitten. Ja. Genauso sieht das aus. Hier einmal so quer durch. Dem fehlt hier so ein Teil Kopf, glaube ich. Oh. Ist das grauslich. Also diese Leiche hat Wunden, die aussehen, als würden... Wurden sie mit einem Schwert im Gesicht und am Bauch rumgeschnitten. Na gut. Hier sind viele Handtücher drüber. Hm. Kann man die nicht mal... Sie könnte sich doch mal engagieren und das Blut mit den Handtüchern wegwischen. Aber... Macht sie nicht. Macht sie einfach nicht. Weiter geht's. Boah. Ich hab echt Angst. Die wollen mich bestimmt gleich wieder tausendmal erschrecken. Hier ist es dunkel und ich seh nichts. Okay. Jetzt passiert nix mehr, oder wie? Abgestürzt. Ach. Okay. Ich hab im wahrsten Sinne des Wortes nix gesehen. Bevor ich hier hochgege, geh ich erstmal noch rechts. Also ich will das schon systematisch abgrasen. Hier das Gebäude. Gehen wir mal durch. Und gucken. Oh Gott. Hier ist ne Bibliothek. Erstmal die Krüge und dann müssen wir doch nicht die gleich... Oh. Die ganzen Bücherregale. Ja gut. Das kann lang dauern. Denn die können ja bekanntlich auch von beiden Seiten hier getriggert sein. Ist ja immer noch mit dem Wolf RPG Maker gemacht. Und da kann man das so auch programmieren. Gucken wir einfach mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Es tut mir recht herzlich leid. Ich kann ja die Zeit ein bisschen mit sinnlosen Fragen überbrücken. Wie zum Beispiel... Lest ihr vielleicht gerne? Wo ich ja gerade Bücher anklicke. Lest ihr gerne? Was lest ihr denn gerne, wenn ihr gerne lesen solltet? Ich zu meinem Teil lese sehr gerne. Hauptsächlich Bücher. Meist Sachbücher. Also ich bin nicht so der Roman-Freak. Also wenn, dann Sachbücher. Und meist in Bezug auf Japan. So, das reicht des persönlichen Smalltalks hier. Habe ich die Zeit natürlich sehr gut und sehr intelligent überbrückt. Ist ja auch egal. So, ich mache jetzt... Ich klicke jetzt einfach mal den Rest hier an. So, ach Gott. Hier, komm. Super. Nichts gefunden. Das war also verschwendete Zeit. Naja, egal. Komm. Raus. Zweiter Stockwerk. Wartet bereits. Jetzt geht's mal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eins, zwei, drei Türen. Wobei die dritte ein bisschen angekaputtet wurde. Gehen wir erstmal in die erste Türen rein. Okay. Hier ist wieder ein Wampang. Und sie sagt, das ist Kunst. Okay. Das ist eine sehr nüchterne Aussage. Kunst. Shimoku muss es wissen. Ihr Gespür für Kunst ist unfehlbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist eine große Puppe. Alter, was ist das? Eine große Puppe mit übergroßen Lippen. Weg. Bringt ihr mir... Was mache ich denn mit der? Habe ich denn irgendwas im Inventar noch Neues? Hammer. Jagdgewehr. Hat der wieder keine Munition? Rückenkrauler. Und Telefon. Und ich habe... Ah, ich habe immer noch keine Verbindung hier. Kein Netz. Aber dieser... Ach, da blinkt ja schon. Was? Dieser Raum ist auf jeden Fall eine Fehlanzeige gewesen. Nächster Raum. Folgt zugleich. Ach, da ist... Erstmal den Speicherstaub. Das ist das Wichtigste. So, gucke ich da aber nochmal hier in den Schrank. Hier sind Kleidungsstücke drin. Ach, hier blinkt noch was. Das nehme ich noch auf. Das ist... Was? Das ist das Bild von vorhin? Was? Was? Was ist das? Oh, das ist ja eklig. Hä? Ja, okay. Also anscheinend... Links war ja dieser Juta-Typ, glaube ich. Und dann das andere, die zweite Stelle war ich. Also Shiboku. Dann ist jetzt Ebikos Gesicht. Also meine Freundin, meine Freundin, Ebiko hat so ein bisschen leicht verzerrtes Gesicht. Marke Ushiglas. Und letzte ist ja hier Dingens hier. Shigemi aus Tsukuto. Ihr wisst schon, ich muss das gar nicht erklären. Guckt einfach die vorigen, dann wisst ihr das Bescheid. So, ja. Ganz eklig, ganz schrecklich. Hier sind Futons schon mal gebettet, aber wir können nicht schlafen. Deshalb speichern wir erstmal. So. Next. Speicherstatus hier. Data number 13. Eine Stunde 18 schon. Naja, das ist ja schon hier was. So. Jetzt kommt der zweite Raum. Okay. Okay. Hier steht was geschrieben. Ich muss erstmal lesen, damit ihr... Nö, 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 nö. Ähm. Als der Befehl des Königs missachtet wurde, wurde das Dorf von einer... Begann das Dorf von einer Katastrophe heimgesucht zu werden. Der König fordert Opfergabe, damit das die Dorfleute von dieser schrecklichen Katastrophe fliehen... Damit er die Dorfbewohner von der schrecklichen Katastrophe fliehen lässt. So. Genau so. Also. Okay. Scheint es tatsächlich so zu sein, dass... Ganz zu Beginn Opfergaben geklaut wurden, ne? Und der König dadurch, also der Schutzgott des Dorfes, erzürnt wurde. Und nun Opfergaben fordert wieder. Und irgendwie so... Ja, das ist die Story, der braucht keine Logik haben. So. Was ist hier? Also die... Ähm. Zurück zum Fliegeschenk. Auf jeden Fall. Die Kommode ist zugeschlossen. Verschlossen. Ganz super. Das heißt, wir brauchen einen neuen Schlüssel. Hier ist ein Memo, eine Notiz. Hä? Was? Kreis, Kreis, Doppelkreis, Kreis, Kreis, Kreis. Ja, super. Oh Gott, Rätsel. Ich hasse ja Rätsel. Deshalb spiele ich Rätselspieler. Kreis, Kreis, Doppelkreis, Kreis, Kreis, Kreis. Das muss mir jetzt irgendwo weiterhelfen. Also ich... Verinnerlicht ihr euch das bitte auch, das Bild? Hier ist dieses doofe Memo vom König. Ich hab keinen Plan, ey. Speichern. Ich hab die Memo gelesen, das ist ein Grund zu speichern. So. Vielleicht wurde auch was getriggert, dadurch, dass ich das Bild angeguckt hab. Dass mich das weiterbringt. Also, notfalls müsste ich in den dunklen Raum. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da einfach so rein muss. Da ist nach wie vor nichts. Wäre auch seltsam, wenn da jetzt was wäre. Okay, dann der dunkle Raum vielleicht. Ich seh nichts. Kann ich nichts machen drinnen. Bin ich verloren. Hier vielleicht jetzt was? Haben die jetzt irgendwas? Oh! Oh! Verkackt nochmal! Oh Gott! Jetzt hab ich mich tatsächlich wirklich mal richtig erschrocken. Du Kack! Drecksau! Warum fällst du auseinander, wenn ich da gerade reinkomme? Der hat doch bestimmt jetzt irgendwas. Da wurde was getriggert. Hammer! Da hau ich gleich nochmal rauf. Kann ich was aus meinem Kopf operieren? Raufschießen. Rückenkraulen nochmal. Letzter Rückenkrauler geht nicht. Telefonieren ja hier auch nicht. Ja super, es bringt mir ja nichts. Ich muss mehr konzentriert hier rangehen, sonst erschrecke ich mich bei jedem Kack hier. Da fällt ihm einfach mal der Tor so ab. Warte, ich kann ja die Krühe... Hab ich versucht die Krühe kaputt zu hauen? Auch nicht die Lampe kaputt zu hauen? Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Hier. Es ist ein Probiergemache hier. Ach Mist. So. Maybe this... Oh! Hat sie... Hä? Soll ich einen Schlüssel? Was... Oh, cool, du bist so bedeppert, ey. Kreis, Kreis, Doppelkreis, Kreis, 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 ja. Hätte man auch vorher raufkommen können. Dann wird hier wohl nichts sein. Das war also die Bedeutung der Memo. Das heißt, wir können jetzt hoch wieder. Ich hab' einen Schlüssel. So. Und zwar der Schlüssel für die Kommode. Ja, hier ist nämlich nichts. Da drüben können wir nichts machen. Und... Irgendeinen Schlüssel brauchten wir ja hier drinnen. Deshalb speichere ich aber vorher nochmal. Man weiß es ja nicht. Also, ich trau' dem Spiel wirklich alles zu, dass hier schreckliche Dinge noch kommen. Geh' ich einfach mal hier rein. Zack, rein. Ins feine Stübchen. So, hier. Jetzt haben wir die Kommode mal geöffnet. Und wir haben ein Feuerzeug bekommen. Raita roteni ireta. Sehr gut. Hä, und was machen wir jetzt? Ein Feuerzeug? Licht. Vielleicht. Für den dunklen Raum. Gucken wir mal, was da steht. Ähm, es ist vollbetankt mit Brennstoff. Also, wahrscheinlich mit Feuerstoff. Benzin. Feuer, 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 Feuer. Ihr wisst schon, was ich meine. Benzin. Äh. Alter. Alter. Irgendwas geht hier grad vor sich. Irgendwas hab' ich aktiviert. Ach du Scheiße. Speichern. Was hab' ich denn da jetzt eben... Irgendwas hab' ich ins Rollen gebracht. Das ist wie bei Slender, wenn man die Notizen einsammelt. So ein Pochen. Alter Falter. Warst du das? Kleiner Mann? Auch nicht. Das ist noch Kunst. Alter. Hört auf. Huch. Alter. Was. Ist. Das. Was. war das zur Hölle? Ah Gott. Irgendwas Rotes. Irgendwas Rotes. Soll ich dem jetzt folgen oder wie oder was? Es ist weg. Nein, es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Kommt von der Seite. Was ist denn das? Warum steht das jetzt da? Ich versteh' das Spiel nicht. Das ist doch hier so ein roter Ölgötze, der da steht. Das ist ja... Hammer! Mäßig. Super. Ich brauch's nicht weiter. Ähm... Kann ich die Lampe anzünden? Wir machen erstmal das simpelste. Wir gehen jetzt einfach rein und gucken, ob wir hier Licht anmachen können. Ich seh' nichts. Kann man das Feuerwerk benutzen? Zack. Ah, hiermit kann ich... Hiermit kann ich das beleuchten wohl. Oh Gott. Ich hasse es, wenn man der Sichtpegel einfach null Prozent ausmacht. Hier ist irgendeine Statue wieder. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Hä? Jetzt hab' ich... Öl fünf Stück bekommen. Ich hab fünf Stück Öl in die Hand gekriegt. Ah! Das bewegt sich! Ah! Alter! Was hat sich das bewegt? Hä? Das zuckt irgendwie... Das erinnert mich an diese Statum vom Haus von Ibiko. Gott! Was soll das? Ah! Äh... Raus! 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 Speichern! 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 Oh Gott! Das war nicht ich auf jeden Fall. Mögt ihr denken, was ihr wollt? Das war nicht ich. Nummer 17. Ne, Nummer 18. Soll ich 17 übersprungen? Egal. Ist hier noch was? Oh Gott! Was war das für ein gekreischte, gekrauchte, gefleuchtsel? War das er hier drin? Immer noch nicht. Halt er raus! Raus! Oh Mann! Drecks-Typ! Alter, was soll denn das? Da steht dir die ganze Zeit im Regal und dann berührt man ihn und dann kommt auf einmal dieser Rosettenkasper da rausgesprungen. Das ist doch... Wer rechnet denn damit? Weißt du? Ne! Da geh ich nicht mehr rein. Da geh ich nicht mehr rein. Kannst du knicken. Obwohl, ich muss da wohl rein. Das passiert doch nichts. Ich geh da jetzt einfach rein und flüchte. Jetzt, ich weiß, er kommt raus. Raus, raus, raus. Kommt der? Alter! Was ist denn mit ihm auch? Was war das für ein Geschreie? Ich muss an den Schrank, glaube ich. Komm her, komm her! Ja, 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 komm her! Nichts drin, nichts drin! Was? Nichts drin! Also, was war sinnfrei in dem Schrank ist nichts. Okay. Das heißt, wir können einfach runtergehen, oder wie? Wieder?